Seid ihr herzlich willkommen. 3. April ist ein Portal-Tag. Und das bedeutet, dass unser Planet Erde steht mit den Pleiaden in Verbindung. Das ist ein feinstoffliches Energiefeld, hat heilende Wirkung. Und bei jedem Portal-Tag kommen noch andere Themen dazu. Darüber berichte ich jetzt in diesem Video. In diesem Abend, also 3. April werde ich ein Ritual halten. Und dieser Ritual beginnt um 23 Uhr. Per E-Mail kannst du gerne anmelden. Die Energieausgleich beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro, wegen der Bankgebühren. Um was geht, das erzähle ich jetzt bei diesem Aufnahmen. Wann diese Portal-Tagen kommen, das haben die Mayas berechnet. Die Quelle ist die Maya-Kalender. Darüber berichte ich täglich in Facebook-Seite. Benderer Susanna Medici. In diesem Maya-Kalender gibt es Wellen oder Schwingungen. Eine Welle dauert immer 13 Tage lang. Die Zahl 13 war eine heilige Zahl bei den Mayas. Und sie haben auch geglaubt, diese Zahl bringt auch Glück. Dieser Portal-Tag, 3. April, ist der vierte Tag bei der zehnten Welle. Diese zehnte Welle bedeutet Neuanfang, wenn eine neue Periode beginnt, wenn wir etwas Neues starten. Und dieser vierte Tag zeigt die Bedürfnisse nach Sicherheit und Stabilität. Jetzt haben wir die Möglichkeit, erstens etwas Neues starten und etwas aufbauen. Das Beginnen. Wir haben jetzt die Fundament, die Basis. Das kann beruflicher Neuanfang sein. Das kann Selbstständigkeit sein, wenn du das aufbauen möchtest. Das kann eine feste Beziehung auch sein. Die Möglichkeit ist da für einen Neuanfang und für Sicherheit und Stabilität. Jeden Tag gibt es bei Maya-Kalender Symbolen. Diesmal haben wir Imisch. Und Imisch bedeutet übersetzt Drache. Wir haben die Drachenkraft, die Drachenenergie. Und das hat immer mit Karma was zu tun. Das symbolisiert auch astrologisch die beiden karmischen Knoten. Ketu, die absteigenden karmischen Knoten, zeigt Vergangenheit und Gefühlen. Und gegenüber ist Rahu, die aufsteigenden karmischen Knoten, bedeutet die Zukunft und mehr betont die Verstandebenen. Unsere Aufgabe ist die beiden Drachen-Teile, Drachenkopf und Drachenkörper zusammenfügen zu einem Kreis. So wie hier auf diesem Bild, das auch sichtbar ist. Und das können wir, wenn wir in die Mitte treffen, hier und jetzt sein, Vergangenheit bewahren, wenn das schöne Erinnerungen sind und die Zukunft planen ohne Ängste und immer im Gleichgewicht bleiben. Außerdem Gedanken, Gefühlen auch im Gleichgewicht halten und so schließt das Kreis. Und dann können wir natürlich unsere Vorstellungskraft aktivieren, daran glauben, alles kommt in diese Bewegung. Natürlich gibt es auch karmische Themen, das muss auch ausgleichen, da die Verantwortung übernehmen, weil alles, was wir ausstrahlen oder unseren Taten, das kehrt immer wieder zurück. Das kann etwas Positives auch bedeuten, wenn wir dann wirklich Lob erhalten für unseren Taten, das kehrt auch zurück. Also wir haben diese Drachenenergie und diese Drache symbolisiert nicht nur Karma oder karmische Themen, sondern auch unserem Körper, die Heilung, die Kreislauf des Körpers. Es hat eine sehr starke Heilkraft und Heilenergie. Und diese Drache bedeutet noch auch sexuelle Themen, auch die Fortpflanzung, die Lebensfreude, das auch in diesem Kreis, in diesem Einklang bringen. Das ist auch eine wichtige Thematik. Also darum geht eigentlich bei diesem Portal Tag und bei diesem Ritual ein Neuanfang, was Erfolg bringen soll, geduldig zu sein, Ausdauer haben, diese Basis, dieser Fundament auf mehr Sicherheit, mehr Stabilität, auch Heilung, Angstbefreiung, Erfreiung, auch die Wandlung, karmischen Themen ausgleichen und dazu kommen noch die sexuellen Themen. Und das war diese Aufnahme. Wenn dir dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du das likest oder abonnierst meinen Kanal. Du kannst gerne deine Meinung im Kommentar schreiben oder mich besuchen in der Facebook-Seite Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera Eure Dendera